Solltest du nicht irgendwas raussuchen? Raussuchen? Ja, was ist denn der Frau gerade, wie die gesagt? Ja, 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 klar. In Wirklichkeit wusste ich, wo sie liegen. Ich wollte hier noch ein bisschen... Die DVDs, die hier liegen neben mir. Aber es ist manchmal ganz gut, wenn man auf den Busch klopft. Ah, Spinnen brauchst du doch, ne, Anja? Äh, Alia. Ja. Brauche ich auch. Jetzt... Wurde das Versteck bedröten. Da vorne ist auf jeden Fall der... Der Clou. Ah, alte Maps. Alten Maps ist es einfacher, die Sachen zu finden, als wir auf den neuen. Komischerweise. Da, siehst du, da ist so eine... Da ist diese Statute da. Ach, das ist das. Ja, ja. Das Ding bringt vier Punkte. Und da ist auch ein Armort direkt daneben. Da im Dunkel sieht das sicher geil aus. So, zack, schon haben wir wieder sechs Punkte. Ach, die einfach allein den Clou vorbei. Vielleicht auch, wenn einer den Clou aufnimmt. Hm, Battery oder Ford? Ich wäre jetzt eigentlich schon fast eher fürs Ford. Da muss doch noch irgendwo so ein Armort rumkriechen. Äh, wir können auch noch Waffenlager, hä? Hunde. Sorry, ich hab's... Danke. Danke. Hier ist Versorgung. Wow. Also, es wird der Schatten... Oder so war ein Pferd. Was sagst du mit der Schattensicht? Das wird der Schattensicht, die Brot sind zu sehen, ist echt... Echt ein Ding. Ein Vorteil. Ja? Ja, ich hab's noch nie so benutzt. Nee, ich auch nicht. Deswegen ist das jetzt auch für mich Premiere. Aber es funktioniert gut. Bolzen sind ja so recht schwer zu erkennen. Oh, hier ist ein Armort. Hast du schon den Ständer? Ja, den Ständer hast du schon. Ja, den Ständer habe ich schon. Mhm. Waffenöl. Waffenöl. Da ist noch ein Armort? Da ist ja die Wittstadt rüber. Da ist ja die Wittstadt rüber. Ja. Kann man feige auffurt. Äh, wo müssen wir hin? Äh... Vor, würde ich sagen. Ja. Vor. Ja. Ja. Hast du schneller Punkte als hier auf der neuen, weil du auf der neuen findest du es einfach nicht. Auf der alten ist das irgendwie so bekannt, so in manchen Stellen einfach. Mhm. Ja, aber du siehst auch schneller, wenn irgendwas nicht dahin gehört, so. Weil du die Wittstadt ja besser kennst. Ich glaube, ich habe was gehört. Wo? Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Aus westlicher Richtung. Ich meine, ich hätte ich einen Kill gehört. Kann sein, dass die Spieler sind. Da, äh, ein Armort. Ja, hier vorne ist noch so ein schwarzes Ding. Da. Da ist ja noch eine Stachelgräse, ich sag auch noch. Oh, da vorne sind unsere. Oh, da vorne sind unsere. Okay, spinn ich hier. Na. Ich war zu langsam. Hab ihr gehört? Auch ich. Ja. Komm. Hier ist ein Medi-Paket, falls du brauchst. Na, war nichts genug. Äh, äh. ich bin von hinten erschossen worden geschossen worden mit einem pfeil von hinten heißt von hinten west nord west oder noch was hier laufen welche alle herr kommen da raus du bist dazu sehr in der enge und zu sehr von allen seiten sichtbar einer dauerung die schwenz liegt hier bringt fünf punkte wenn wir luten natürlich erwischt es mal wieder mich aus dem nix die weg von dem fenster ja da ist er er war echt am fenster jetzt das ist aber der letzte jetzt auf jeden fall wo du dein vater heben kannst da ist er da ist er da ist er das war sowas von klar hast du was zum schmeißen alle er weiß dass ein glas daraus ich denke auch durch fenster ja du denkst zu viel er hat seinen kollegen gehoben kommt jetzt am anderen fenster leer der eine rennt jetzt rum und holt den anderen auf der liegt draußen der andere am durchgang der andere kommt von hinten gleich jetzt in so einer situation musste visierungen benutzen alle ja der andere kommt gleich von draußen rein rechts von der alle ist der eingang da liegt auch ja wenn du da raus gehst da kommt er aber ja es ist es immer zu lang alle erde muss ein bisschen riskieren ja da muss man rauslaufen riskieren okay ich sehe keine wende in der wiederholung man muss manchmal einfach was riskieren morgen night army tv wobei morgen um 13 51 malzeit da schon wieder so schon wieder dieser blöde schwachsinn vom dickverlust kommt das ist immer weg voll aus punkt kommen das ist jedes mal dieselbe seite die auf diesem weg werbung macht ich weiß nicht warum twitch statt nicht hinbekommt und das unterbindet wir brauchen ja nur sobald das wort big fellows erscheint dass das auf der gewendeten liste ist ja warum macht das tisch nicht ja klar aber macht das tisch nicht automatisch das steht nicht ja ja das ist doch schwachsinn immerhin das wird ja schon was heißen ja so hallo und willkommen zu unseren heutigen live stream von hand showdown auf der alten map genau zum glück auf orange sind sie yeah also ich muss die spittentrophäe einmal haben wir haben auch den zweiten boss sogar das ist eigentlich gar nicht schlecht ich habe erschienen schwachsinn und ich bin doch hier auch 35 feinde im nahkampf das schaffe ich so gerade deswegen habe ich auch direkt hier den bogen im schuss bereit seid ihr junkies oder was wir können auch gegenseitig spritzen so matt ist es wie immer die zwei also ich brauche eine spinntrophäe und ich muss das ding betreten ja gut wir sind ja in der 2 ich denke daran wir könnten gegnerstroni auch haben oh er liegt mal links ja weiß ich 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 wie gesagt wenn ihr armut seht sagt bescheid da ist so ein zweipunkt bedingen aber ich höre ein armut ich würde sagen ich höre einen auf der linken seite irgendwie ne der ist hier drin dann werde ich mir jetzt mal krallen gehen ne da war geld der war einmal sehr schön ja noch einen ich bin mit dem perk das ist weichs fuß ne du kannst mit x kannst du die pfeile wechseln na die habe ich aber nicht du hast keine normalen pfeile eingepackt die pfeile doch ich höre einen hundekäfig drüben am schlachthaus jetzt zeigt er sie an das ist das ist richtig komisch die werden nicht angezeigt gegenseitig unten hühner käfig da sind wir auf jeden fall ein team da hinten die aussagen was der teufel er schlachthaus ist ausgegraut ne ja ja ich komme hinter euch her ich habe gerade nochmal eben den armort getötet und also ich gehe richtung krematorium explosion richtung heilwasser ah nochmal das wetten oder die ich finde kann es ja nicht sein weil ich ja ja ein hallwasser könnte es sein ja das stimmt das wäre sogar möglich also dann ist es ja eher unwahrscheinlich dass wir im kreaturium sind äh richtig fetti das war der badger der badger ist nämlich in stillwater guck mal denn da hoch warte da beschäftige ihn beschäftige ihn was denn hier ist ne amort Dolores da sag ich doch ein halwasser da ist noch ein amort so heilwasser oder krematorium das ja hier nicht ist es demnach das kommt eindeutig östen denkt an die heißen müsst ihr machen mit dem bogen das klingt aber weiter weg da steht ein ständer auf dem feld was tut er denn da da ist ein fett hier aber dann nehmen wir den anderen wo ist denn der andere dahinten da ist es weiß Wenn du es weiss Sag wenn du hast den Clou Explosion Gut, ich geh rein Wo ist denn das Ziel? Unten Unten, sag Sag das doch einer Komm her du Mistvieh Jups, Rikki dran Au Super Na, das fällt nicht ausgeschüttet Mit deinem Nackenneid oder so Ja Ich wollte gerade sagen Wollen wir mal zu Ist immer noch weiß Lass mich wohl in Ruhe Ich bin schon vergiftet Brauch ich mich nicht mehr zu vergiften Alter ist sie heute aktiv Reicht jetzt auch mal Ist tot Ist tot Achso, Entschuldigung Ich war voll in the mood Ich war voll in the mood Ich war voll in the mood Junge Wahrscheinlich wird das andere Gegner Die hier hinkommen Ich muss auf jeden Fall eine Trophäe aufnehmen Damit ich meine täglich hab Falle gelegt Also ich hab hier mal eine gelegt Damit die hier nicht rein kommen können Achso, wir könnten draußen welche hinlegen Ja, oder stimmt Ich hab mal hier unten an der Treppe eine Vorsichtshalber gesetzt Ich auch Und eine mittendrin im Gang Jetzt nicht da durch Da wo du deine Falle hingelegt hast Nein, ich hab die da wieder weggenommen Okay So, verriegelt Da war doch irgendwo noch ein kleiner Durchgang Ja Ah, ne Das war das andere Gebäude, glaub ich Ja, ich dachte auch, es hätte sowas gegeben Aber ich hab auch nicht gefunden Ne, das ist das andere Gebäude Achso, Ausgang ist direkt im Süden, ne? Ich leg da doch, wo ich eben schon hatte Hier vorne noch eine hin Und jetzt ist es ja ruhig Und jetzt ist es ja ruhig Worte Ja, jetzt ist es aufgenommen Ah, okay Ah, okay Das wird doch wirklich gar nichts, ne? Das wird doch wirklich gar nichts, ne? Ausgang ist Süden Das ist halt der blöde hier in den kleinen Scheiß Katakomben, ey Aber und die kommt hier runter War ja klar Ja, vielleicht gehen sie aber auch zum Ausgang Das ist vorbei Das ist vorbei Kann auch sein Also ich nehm eine auf und Mathis nimmt deine auf Ja Ja Wo gehen wir raus? Ja, nach Süden, wenn die jetzt, äh Oder wir gehen nach Westen raus Wir gehen nach Westen raus Das wird Ja, lass uns sofort gehen, noch sind die nicht hier Ja, einmal umgucken Mathis, machst du? Ja Auf 120 gesehen Echt 120? Das Bounty Team Das ist das Bounty Team Die sind bei uns Ja Die kamen gerade rein Ja Jetzt sind sie hier, ja Laufen gerade über mir Kommen zu meinem Eingang Krähen Komm runter Hattest du deine Falle gelegt? Bewegen, ja Benutzen Sicht Komm zu dir Tor ist offen Tor ist offen Hab ihn auch einmal getroffen Aber er hat sich wieder gehalten Kommt was von der anderen Seite Die granate Von wo hat er mich erschossen? Die granate Nee, ich bin erschossen worden Von hinten kommt was Die granate von beiden seiten ich bin nicht ah ha, Zolo spricht also AHHHHH Sie stehen da genau an der Tür Die Falle haben sie aber nicht gesehen. Da ist kein nix. Ich krieg dieses Messer nicht in der Hand, was soll der Wichs denn? Du drückst auf die 3 und er möchte die Armbrust in der Hand, drückst wieder die 3 und kriegst wieder was anderes in der Hand. Was war denn das? Das hab ich auch manchmal. Das ist richtig komisch. Du drückst schon extra die 3 fürs Messer und kriegst du ein Messer nicht in der Hand. Du drückst vielleicht die 3. Die 1,2 hours ist bekommst. zwei dreier waren es na immerhin habe ich die munition gekriegt und